Wir haben uns hauptsächlich spezialisiert auf die Original-Eichsfelder Strackel und Feldgeeker, der bei uns in der Firma auch noch traditionell hergestellt wird, ohne Reifezusätze, wie früher noch mit Kochsalz hergestellt wird. Und Knoblauch überwinden Naturgewürze, die selbst gemahlenen Pfeffer. Die geläufigste Erklärung für den Feldgeeker ist, dass früher die Bauern bei der Feldarbeit diese Wurst gegessen haben, gefrühstückt haben, weil sie damals auch sehr hart gearbeitet haben und die damals traditionell in den Enddarm gefüllt wurde und die Schwane dann mit ihrem Hinterteil Richtung Feld geschaut haben und daher kam das dann der Begriff Feldgeeker.